Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserem Gesellschaftsmodell, nämlich das Modell der Freiheit und Eigenverantwortung, die afrikanischen Staaten und vor allem auch die Gesellschaft dort überzeugen können, auch von unseren westlichen Werten. Und hier ist es einfach wichtig, dass wir als Europa Angebote machen. Wir können zusammenarbeiten bei den Bereichen Klimaschutz, Bildung, Infrastruktur, bei vielen Themen. Und hier haben wir die besten Angebote, nämlich auf Augenhöhe mit den afrikanischen Staaten zu agieren. Das machen autokratisch geführte Staaten nicht. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir auch begreifen, dass Afrika unsere Partner sind und dass wir Afrika brauchen und nicht umgekehrt.